Das Kamel auf Zehenspitzen mit Gebetshaltung hinter dem Rücken. Vishnu Brema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition Vajrasana. Von hier hebe das Becken hoch zum hohen Fersensitz. Dann beuge die Fußgelenke und bring die Zehenspitzen auf den Boden. Dann gib die Handflächen zusammen hinter dem Rücken, nach Möglichkeit mit Fingerspitzen nach oben. Und von hier ausgehend schiebe das Becken nach vorne, wölbe den Brustkorb nach vorne und die Schulter nach hinten. In diesem Asana erfährst du eine große Öffnung im Herzen, eine schöne Dehnung in Oberschenkel und Psoasmuskeln. Auch die Bauchorgane und die Bauchmuskeln werden gedehnt. Und du kannst dich ganz öffnen zur Energie des Himmels. Und durch die Stellung der Finger und Handflächen gibt es auch eine gute Flexibilität für die Handgelenke und Dehnung in den Schultern. Alle Variationen von Ustrasana Kamel auf wiki.yoga-vidya.de und der Dakit, für und der Daug burgstie, die sehr gut gedehnt. Vielen Dank.